Einen wunderschönen guten Tag. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer Reihe die 5 Minuten Beschäftigung. In dieser Reihe geht es darum, dass ihr euren Hund ohne viel Aufwand für ein paar Minuten beschäftigen könnt. Das kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn ihr Besuch bekommt und er kommt zum Flur herein und der Hund hüpft wie ein Flummi drumherum und das möchtet ihr in dem Moment nicht, sondern ihr möchtet, dass sich eure Gäste erst einmal in Ruhe ausziehen können und sich in Ruhe hinsetzen können und die größte Aufregung dann vorbei ist. Um den Hund in dieser Zeit zu beschäftigen, bietet sich zum Beispiel eine kleine Papprollenparty an. Alles was ihr dafür braucht, ist eine handelsübliche Papprolle, wie zum Beispiel hier vom Küchenpapier, die ist für etwas größere Hunde geeignet.